warte mal in den keller das geht also da nach unten dann da jetzt ist da okay ich dachte es wäre vielleicht so ein raum wo man vielleicht von woanders noch mal reinkommen könnte weißt du aber ja aber nicht von hier aus zumindest weil da geht es runter da ganz hinten hoch dann bin ich zirka wieder auf dieser höhe hier das ist irgendwo dann da ganz am anfang meinst du stimmt das könnte möglich sein stimmt und stop gänsehaut gerade das liegt ja da bin ich ja vorhin rausgekommen ich rauch die jetzt erst mal das neue clip video wird dann so echt garagenschlüssel warte mal wir haben doch hier aber dann hättest du vorhin auch aufmachen können ja das ist der raum es ist doch 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 das ist so komm ich einfach wieder hier hin bb tobi bb auf und davon dingisch war das stimmt dann rechts da der raum auf Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Gummibärn! Hüpfen hier und dort und überall. Sie sind da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibärn. Warte, ist da ein Kassettenrekorder? Wo? Da auf dem kleinen Tischchen da links. Ja, ja. Aber das habe ich ja eben schon gemacht. Oh nein, warte mal. Oh, oh. Da ist ein Raum. Ne, warte, ist der Raum da, oder? Das ist der Raum hier. Da ist doch kein Raum. Was ist hier? Hier waren wir noch nicht. Das geht eingangs. Ne. Ne. Ah! Ah! Was ist das? Blitzsymbol. Schlüssel für Blitzsymbol. Aschenbecher. 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 Oh mein Gott. Was machst du? Aschenbecher. Oh mein Gott. Was machst du? Eins der Messer scheint zu fehlen. Das ist beruhigend. Da fliegen übrigens Orbs. Wir haben Orbs. Was war das hier nochmal? Äh, untersuchen. Dein Kakao. Ne. Ne, Infusionsbächer. Das habe ich gerade gefunden. Bei dem Typen. Aber du bist ja auch mutig, einfach so den Spiegel da durchzuschlagen. Ja, dreht nochmal nach. Also mit Licht, im Licht, würde das ganze ein bisschen besser gefallen. Oh oh. Nein Tobi, brauche ich nicht. Alter, 500 Stück. Das ist Wahnsinns. Pass auf. Das hier wurde gerade geöffnet. Und das hier ist jetzt bestimmt... Ne? Brecheisen? Hast du hier zufällig einen Lichtschalter gesehen? Noch nicht. Noch nicht. Hast du den Schlüssel schon am Tresor probiert mit dem Blitz? Nein. Achso doch. Irgendwas muss ich ja hier machen. Ja, du hast dafür auch noch Schubla... Schubla... Schubläden. Mann! Mann! SCH Steiner quasi Arbeitge. Ich duch das. und habe gewusst. ich glaube nicht dass wir jetzt irgendwas machen müssen also es tut mir auf jeden fall leid für dich hier aber ich hoffe es geht schnell oh oh Das war's. so kleine spielzeug kann sein dass du das für diese dinger brauchst das keine spielzeug kuscheltiere meine ich für dieses ding am babybett ja kann ich aber nicht mit ich 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 warte nur auf den Moment, wo der, die das irgendwo wieder steht. Ich warte auf den Moment, wo der, die das dir ins Gesicht hüpft. Willst du jetzt alles schick'n kaputt? Vielleicht... Ähm, sieht nicht sehr einladend aus. Nicht wirklich, ne. Das brummt man hier gerade auch nicht so ein bisschen. Angenehm. Oh shit, du. Oh ja, das will ich gerade auch nicht mehr weiterspielen. Pest und Cola und so, ne. Was? Pest und Cola und so. Ich kann einfach mal, komm, fang mal links an. Gehen wir mal zurück raus. Gehen wir rechts. Oh shit, ich kann einfach malụcbiegen. Ziemlich unterhaltsam bin ich ja jetzt gerade nicht. Ich bin ziemlich angespannt, würde ich sagen. Ist das jetzt ein Ohrwurm? Ja. Ja, 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 ja. Oh, da hinten! Was denn? Hast du dir Weihnachtsmaß und Kupferkäfer angekündigt? Ja, hab ich. Sing halt das Lied. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es geht. Weihnachtsmann. Warte mal. Ich habe dir einen langen Brief geschrieben. Dass dich alle Kinder lieben und ich hoffe, du liebst auch mich. Weihnachtsmann. Und eingekracht. Ach so. Schlagball. Na ja. Das wird jetzt einbrechen. Die Musik gefällt mir gar nicht. Ich muss weg. Schlag. Ich bin gestorben. Ich war nicht schnell genug. Der letzte. Ja. Oh wow. Ich dachte nicht, dass man da sterben kann. Warte mal auf deine geistige Gesundheit. Ja, geht gerade runter. Jetzt aber schnell. Oha. Jetzt guck der nach oben. Ja, war klar. Ich glaube auch, dass es eventuell die Frauen sind, die wir getötet haben, die uns da jetzt jagen. Aber die sah ziemlich alt aus. Das war doch für die Nachbarin, oder nicht? Nachbarin. Ach man Dodo. Du Ferkel. du Essendzeitig. Von der Meru.